Hallo YouTube und herzlich willkommen zum neuen Part von Mass Effect 2. So im letzten Part haben wir ergiebigst mit unserem neuen Guestfreund geredet, Legion glaube ich heißt er, und haben Tali unsere Gefühle in Anführungszeichen gestanden. Und jetzt würde ich sehr gerne die Guestmission machen. Mal gucken, mal gucken wo sie ist. Ab erstmal zum Massenportal. Und dann müssen wir irgendwo zu den Terminal Systemen. So, gehen wir erstmal tanken. Ach, ja komm, tanken wir. So, passt, sitzt und hat Luft. Und dann hier einmal kurz einen kleinen Sprung machen. Wo müssen wir hin? Legion helfen. Also das machen wir jetzt natürlich als erstes. Dann kriegen wir den vielleicht auch auf loyal. Und ich glaube, es ist auch in unserem Sinn, dass da kein Gästeaußenposten da ist, der dazu hergenommen wird, um alle biologischen Wesen in der Gegend platt zu machen. Wäre wahrscheinlich eher ungesund für uns alle. Und... Schubsdiwubs. Schaut aber irgendwie cool aus. Heretic Station. Ja, gucken wir uns an. Eine gute alte Heretic Station. Tja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ich bin gespannt, was auf uns zukommen wird. Also es wird auf jeden Fall eine Tali Mission, würde ich sagen. Nehmen sie mit, weil die kann diese Guestscheiße. Die wird wahrscheinlich nicht so glücklich sein. Oder ihn. Was hat denn der eigentlich für ihn? Gut, dann nehmen wir uns noch ihn mit. Kommt, ich würde gerne Geras mitnehmen. So, ich habe einen Punkt. Ja, komm, nehmen wir mal mit. Geras, wie schaut es bei dir aus? Ah, geht auch was. Und bei dir geht gut was. Was ist das hier? Passt schon. Alles bestens. Ihnen ist klar, dass nur unsere Wärmeabstrahlung abgeschirmt ist? Ein Blick aus dem Fenster und Sie sehen uns kommen. Fenster sind Strukturschwächen. Die Gäste benutzen das nicht. Nähern Sie sich der Hülle an diesen Koordinaten. Zugang erfolgt. Wir können weiter vordringen. Achtung. Diese Einrichtung verfügt nur über wenig Luft oder Gravitation. Wird man uns nicht entdecken? Die haben doch sicher Alarmsysteme gegen Eindringlinge. Die Sensoren wurden reduziert. Wir haben ihr drahtloses Netzwerk infiltriert und die Datenspeicher mit Zufallsdaten gefüllt. Und das hilft uns jetzt weiter? Die Heretics müssen diesen Datenmüll bereinigen. Dazu haben sie sich in lokale Netzwerke partitioniert, um parallel arbeiten zu können. Jeder Alarm ist auf diesen Raum beschränkt. Nur ein Zugriff auf den Systemkern würde überall auf der Station Alarm auslösen. Wir haben hier eine Aufgabe zu erledigen. Also los! Shepard Commander, wir kamen zu dem Schluss, dass die Zerstörung der Station die einzige Lösung des Problems mit den Heretics darstellte. Nun gibt es allerdings eine zweite Option. Ihr Virus lässt sich umstrukturieren. Und wenn wir es dann in das Netzwerk der Station leiten, werden die Heretics umgeschrieben und müssen unsere Wahrheit akzeptieren. Das klingt mir gefährlich nach Indoktrination. Außer ich hab da was verpasst. Vielleicht klären V. Isia so ihre religiösen Meinungsverschiedenheiten. Die Gith sind bereits eine Bedrohung für organische Lebewesen. Wenn wir ihnen die Heretics zurückgeben, werden sie noch stärker. Warum haben sie das nicht gesagt, bevor wir an Bord kamen? Wir wussten nicht, dass das Virus schon fertig ist. Es kann gegen die echten Gäste jederzeit eingesetzt werden. Wir sind genau zur richtigen Zeit gekommen. Es sind ihre Leute, Legion. Sie müssen doch eine Meinung haben. Es sind neue Daten. Wir haben noch keinen Konsens gefunden. Wir werden im Verlauf der Mission zu einem Schluss kommen. Wenn es um eine organische Spezies ginge, hätten wir ein ethisches Problem. Gith sind aber keine organischen Lebewesen, auf die man unsere Moralvorstellungen übertragen sollte. Das ist logisch. Stimmen Sie dem zu? Keine zwei Spezies sind identisch. Jede muss nach ihren eigenen Verdiensten beurteilt werden. Jede Spezies so zu behandeln wie die eigene, der ist Rasten. Der Geist beider Formen von Leben kann geformt werden. Bei organischen Lesen kostet das Zeit und Mühe. Bei synthetischen Lebensformen muss man nur eine Datei auswechseln. Okay. Heißt das, wir schreiben die jetzt um? Ist das jetzt unser großer Plan? Ja, machen wir das mal. Aber an und für sich finde ich die Gäste eigentlich ganz cool. Ich weiß nicht, ich finde die aber irgendwie lästig. Hilft ein Med-Gel überhaupt einen Gäste wieder auf die Beine zu bringen? Okay, da hinten sind auf jeden Fall schon mal Gegner. Die Gäste sind inaktiv. Vielleicht können wir an ihnen verweiten. Die Unterbrechung von Datenströmen würde das lokale Netzwerk alarmieren. Wir empfehlen Präventivschläge gegen die Hardling-Mutter. Okay. Dachte ich mir doch. Dachte ich mir doch. Ich wollte es nur wissen. Ich wollte es nur wissen. Und das war jetzt gar quatschig. Das wollte ich nicht. Ich wollte die... Die hier. Ey, steht der auf einmal hier direkt neben mir. Alter Schwede, steht der Knabe direkt neben mir. Ich komme aus dem Weg. Ich muss mich kurz regenerieren. Okay. Habe ich jetzt den Alarm generell ausgeschaltet oder eingeschaltet? Das war jetzt nicht so mein Plan, ehrlich gesagt. Aber gut, wenn wir das schon gemacht haben. So. Ich registriere verwertbare Ressourcen in den Geth-Verteilern. Wir könnten dann... Warum sind die Heretics mit diesen Verteilern verbunden? Das sind mobile Plattformen. Hardware. Die Crew ist Software, die über den Zentralcomputer der Station miteinander kommuniziert. Das verstehe ich nicht ganz. Die Heretics sind mit dem Hauptcomputer verbunden, um Datenspeicher und Programm-Updates auszutauschen. Wir werden komplexer, wenn wir uns zusammenschließen. Auf einer einzigen Plattform isoliert zu sein, bedeutet Reduzierung. Wir sehen weniger. Wir begreifen weniger. Und es ist ruhiger. Wenn Sie Daten austauschen, Erinnerungen, wie behalten Sie dann die Übersicht, welche Ihre eigenen sind? Wie bleiben Sie sie? Es gibt nur wir. Wir wurden geschaffen, um untereinander Daten zu teilen. Der Unterschied zwischen einzelnen Geth liegt in der Perspektive. Wir sind viele Augen, die dieselben Dinge betrachten. Eine Plattform registriert etwas, was eine andere nicht sieht. Und so kommt es zu verschiedenen Beurteilungen des Eindrucks. Ich verstehe Ihre Unentschlossenheit, was die Heretics angeht. Was immer Sie mit ihnen machen, fügen Sie sich irgendwie auch selbst zu. Ja. Sobald Sie zu uns zurückkehren und Ihren Speicher uploaden, teilen wir Ihre Erfahrung, verändert zu werden. Jede andere Spezies, die ich kenne, würde von einer derartigen traumatischen Erfahrung seelische Narben davon tragen. Es ist nicht klar, ob man Geth überhaupt traumatisieren kann. Wir empfinden Schmerz nicht so wie Sie. Die Ergebnisse können wir nicht voraussehen. Gehen wir weiter. Ja. Okay. Da bin ich jetzt echt gespannt. Also irgendwie die Thematik mit den Gästen, die finde ich tatsächlich sehr interessant. Die finde ich wirklich interessant. Wir können die Kontrolle über jeden Verteidigungs... Übernehmen, okay. Sie werden uns kurzzeitig unterstützen und sich dann selbst zerstören. Wir treffen Ihr Ziel. Ey, das mit der Munition ist ja echt übel. Das mit der Munition ist echt übel. Okay, die Dinger gehen wirklich relativ schnell sogar kaputt. Relativ fix. Okay, da sind noch welche. Nehme ich mal hier noch ein bisschen Ammo mit. Weil, wieso nicht? Okay, hier sind dann wieder irgendwelche Markierungen auf dem Boden. Die ich besser... nicht... betreten sollte. Das Problem ist... Ich muss da fast rein. Okay, hier kann ich auf jeden Fall einen Verteiler zerstören. So. Okay. Und ich glaube hier von den Verteilern... da kriegen Sie neue, oder? Sehe ich das richtig? Und einmal bitte nachladen. Da ist noch einer, Jungs. Einer ist da noch. Und den ich irgendwie treffe und er schießt nicht. Naja, soll mich jetzt nicht stören. Soll mich jetzt tatsächlich nicht stören. Ein bisschen Ammo wird nichtsdestotrotz nice, Leute. Ich glaube, irgendwo auf dem Weg gab es nochmal welche. Ich gehe nochmal ganz kurz ein paar Schritte zurück, weil... ich bin mir sicher, dass es da noch irgendwo eine gab. Das war doch gar nicht so weit weg, oder? Ah, okay. Gibt keine mehr. Habt ihr Reservemunition dabei? War ich nicht so richtig. Ich war... vielleicht... nicht ganz so gut vorbereitet. So. Das ist ja mies. Zielerfassungsbefehl wird verarbeitet. Okay, hier sind keine mehr. Was ist das hier? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Beim besten Willen nicht. Okay, hier haben wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen Ammo. Ich weiß nicht, was das war. Hier sind komische Leuchtkugeln auf jeden Fall. Okay, nochmal ein bisschen Munition. Nett, dass wir das hier einfach rumliegen lassen. Sonst hätten wir echt Probleme gekriegt. Muss ich sagen. Zielkontakt. Tja. Okay, der ist down. Und das war auch der letzte hier. Also das ist jetzt wirklich nicht so viel Widerstand. Da habe ich wirklich mit mir gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Hier die Dinge, die verwirren mich immer noch hart. Was die darstellen sollen. Übernehmen Gefechtstor. Feindliche Firewall außer Betrieb. Okay, der ist fast down. Okay, der ist down. Okay. Will ich mir das ein oder schießen die nicht? Das bille ich mir noch nicht ein, oder? Die haben nicht geschossen. Und irgendwie ist hier wirklich die Atmosphäre etwas strange. Kann ich hier irgendwas mitnehmen? Irgendwas looten? Das wäre echt nice, aber ich kann nichts looten. Strange. Wirklich strange. Aber das ist auf jeden Fall mal eine eigenartige Mission. Okay, Energiezellen. Das ist kein gutes Zeichen in der Regel. Ihr wisst das. Okay, keine Gegner. Erst einmal. 175 Munition. Wie viel haben wir denn? 700. Okay. Dann schauen wir mal rein. Da wird jetzt wahrscheinlich ein dicker Lump auf uns warten. Würde ich jetzt fast mal vermuten. Wenn wir jetzt hier schwere Munition gekriegt haben. Okay, ich gehe mal in die Richtung ganz kurz. Wofür Zeit muss sein? Palladium. Das ist eine Tür. Und ich würde sagen, die warten hinter der Tür auf uns. Da keiner. So. So, down. Ach, ich glaube, das ist eine Drohne von ihm. Kann das sein? Über 15 Kilometer. Über 15 Kilometer. Also das laufen wir jetzt nicht alles, oder? Ich hoffe mal nicht. Okay, hier unten sind auf jeden Fall wieder Kandidaten. Irgendwo. Nach der Türe aber scheinbar. Oh, so eine Aktion wieder. Das fiese ist, ich kann sie fast nicht umgehen. Würde ich jetzt sagen. Also hier kann ich schon noch umgehen. Das ist mir klar. Aber bisher warst du an der Tür immer verschlossen, ja. Ist hier nicht anders. Okay. Was haben wir hier hinten noch? Okay, hier sind auch welche. Was habt ihr denn für Spezialfähigkeiten? Zielerfassungsbefehl wird verarbeitet. Wir sind die Kälte. Okay, die exklusive Drohne finde ich eigentlich ganz nice. So. So. Ich glaube, er ist down. Ich glaube, unser Kollege war down. So, noch den Verteilerknoten. Und weg ist er. Das will ich auf jeden Fall mitnehmen. Das ist Kohle. Da sage ich doch nicht nein. Ich bin doch nicht bescheuert, oder? Free stuff und so. Ihr wisst schon. Das muss man mitnehmen. Das sind immer 3000 Credits, Leute. Kranke Scheiße. Eine bessere Waffe wäre halt mal irgendwie geil. Was? Prozessor, jeder enthält Tausende von Gath. Sehen die uns, wenn wir vorbeigehen? Sie nehmen uns nicht mehr wahr, als Sie die Zellen in Ihrem Blut. Der ist anders als die Verteiler, die wir bisher hier gesehen haben. Das ist eine Datenbank. Sie enthält einen Teil der gesammelten Erinnerungen der Heretics. Moment. Wir haben Kopien unserer aktuellen Patrouillenrouten in dieser Datenbank entdeckt. Das bedeutet, die Heretics haben Runtimes innerhalb unserer Netzwerke. Wir wären gar nicht hier, wenn die Heretics eine Freundschaft mit den Gath einstreben würden. Warum sollten Sie sie da nicht ausspionieren wollen? Sie verstehen nicht. Organische Lebewesen kennen die Gedanken des Gegenübers nicht. Gath schon. Wir sind nicht misstrauisch. Wir akzeptieren einander. Die Heretics wollten weg. Wir haben ihre Gründe verstanden und es deshalb zugelassen. Zwischen uns herrschte Frieden. Es hätte nicht ewig so weitergehen können. Es gab Uneinigkeit darüber, welchen Weg Ihre Spezies einschlagen sollte. Die Geschichte der Menschen ist voller Blut, das wegen unterschiedlicher Ansichten über Herrschaft und das Jenseits vergossen wurde. Bei den Gath ist das nicht so. Wir hatten in derlei Fragen einen Konsens. Wie konnten wir so verschieden werden? Warum verstehen wir einander nicht mehr? Was haben wir falsch gemacht? Wenn Individuen getrennt werden, machen sie unterschiedliche Entwicklungen durch. Treffen sie sich dann wieder, kommen sie nicht immer miteinander aus. Wenn das die von Ihnen so geschätzte Individualität ist, stellen wir Ihre Urteilsfähigkeit um Frage. Dieses Thema ist irrelevant. Wichtig ist nur die Mission. Haben Sie eine Entscheidung getroffen, ob Sie die Heretics umschreiben wollen oder nicht? Wir versuchen noch immer einen Konsens zu finden. Einige Prozesse sind für Zerstören, andere für Umschreiben. Gehen wir weiter. Ja. Aha. Aha, aha, aha. Interessant. Okay, keine Gegner erst einmal. Übernehmen ihr Ziel. Übernehmen Gefechtsturm. So. Wahrscheinlich nicht verkehrt, oder? Ist das das? Ja. Wir uploaden eine Kopie unserer Runtime-Software in den Kern. Dadurch werden alle Kopien des Virus gelöscht. Danach erhalten wir eine Meldung. Die Indexierung kostet Zeit. Die Heretics werden auf unseren Upload mit Gewalt reagieren. Wir müssen diesen Raum halten. Wir können einige der internen Systeme der Station übernehmen und für unsere Verteidigung einsetzen. Bereit? Sie können die Geschütze genauso übernehmen wie die anderen vorhin. Wir können damit unsere Stellung verteidigen. Korrekt. Außer den Geschützen um uns herum gibt es noch weitere auf den Mainframes unter uns. Sagen Sie uns, welche aktiviert werden sollen, dann werden wir sie programmieren. Es hält nur ein paar Sekunden vor und wir können immer nur zwei Geschütze gleichzeitig übernehmen. Beginnen Sie mit dem Upload, Legion. Wir werden diese Position halten. Dateiübertragung hat begonnen. Shepard Commander, wo sollen wir Verteidigungsmechanismen aktivieren? Achtung, Download von Heretic Runtimes auf mobile Plattform. Tja, das wird jetzt ein Spaß, Leute. Achtung, Download von Heretic Runtimes auf mobile Plattform. Wo muss man hin? Raum ist verschlossen. Okay, wahrscheinlich weil ich... Okay, das ist mehr als gedacht. Ich muss das verarbeiten. Okay, damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Okay. So. Die Geschütze unten, die wären halt super. Kannst du die jetzt aktivieren oder nicht? Wow, 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 wow. Moment, das machen wir... Das machen wir jetzt hier ein bisschen... Ein bisschen eleganter. Down. Das müsste sie auswärten. Werde getroffen. Fehler. So muss es sein. So. Und jetzt die da hinten. Ich hoffe, der ist da auch. Okay. Ich glaube, das hat funktioniert. Achtung, Download von Heretic Runtimes auf mobile Plattform. Wir haben zu dokumentiert aus. Okay, der ist etwas stärker. So. 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 Okay, die sind schon etwas heftiger, Leute. Okay, die Dinge sind... Die sind im Sack. Ach, ich kann nicht von hier oben. So. Down. Oh, fuck, 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 fuck. Fuck, von da drüben auch einer. Ähm... Was kannst du denn? So. Datensuche und Analyse komplett. Shepard Commander, es ist Zeit, sich zu entscheiden. Schreiben wir die Heretics um oder löschen wir sie? Was hört sie davon ab, das Virus später erneut einzusetzen, um die Veränderung rückgängig zu machen? Wir werden das Virus nach Benutzung löschen. Wir halten es für zu gefährlich, um seine weitere Existenz zuzulassen. Was hört sie davon ab, das Virus später erneut... Wir werden das Virus nach Benutzung löschen. Wir halten es für zu gefährlich, um seine weitere Existenz zuzulassen. Haben sie kein Problem damit, ihre eigenen Leute zu beseitigen? Jedes intelligente Lebewesen hat das Recht auf seine eigenen Entscheidungen. Die Heretics haben einen Weg gewählt, der Koexistenz ausschließt. Sie lassen sie ihre Entscheidungen treffen und töten sie dann dafür? Sie können nicht beides haben, Legion. Es war ihr Beschluss, uns das Recht zu nehmen, über die Verwendung des Virus zu entscheiden. Jetzt beschließen wir uns zu verteidigen. Warum lassen sie mich diese Entscheidung treffen? Es sind ihre Leute. Wir sind uneinig. Unsere hochrangigen Runtimes finden keinen Konsens. 573 sind für Umschreiben, 571 für Zerstörung. Shepard Commander, sie haben gegen die Heretics gekämpft. Sie haben den Überblick, der uns fehlt. Die Geth legen ihr Schicksal in ihre Hand. Wenn sie umgeschrieben werden, werden ihre Leute sie dann wieder aufnehmen? Werden sie überhaupt zurückkehren wollen? Sie werden unserer Beurteilung zustimmen und zurückkehren. Wir werden ihre Erfahrungen integrieren und das wird uns alle stärker machen. Nehmen Sie sie. Setzen Sie das Virus frei, sobald wir den Kern kontrollieren. Verstanden. Setze Virus frei. Achtung! Fernzugriff mittels Hochgeschwindigkeitsübertragung erforderlich. Das klingt beunruhigend. Das Virus wird an Heretics in benachbarten Sternensystemen geschickt. Diese Station wird einen sehr starken elektromagnetischen Impuls über die ÜLG-Kanäle senden. Wie stark? Leistung wird 1,21 Petawatt überschreiten. Achtung! Die elektromagnetische Strahlung ist für organische Lebensformen ohne Schild lebensgefährlich. Zusatzbemerkung. Das Innere dieser Station verfügt nicht über einen Schild. Ich wünschte wirklich, Sie hätten das früher erwähnt. Zwei zum Schiff im Laufschritt, Leute. Aber... Ach komm schon, ernsthaft. Das nehme ich noch mit. Jetzt muss ich mich echt noch beeilen, ey. Ich brech ab. Wahrscheinlich krieg ich noch Widerstand, oder? Na klar krieg ich noch Widerstand. So. Boah. Ey, das ist echt knapp, Leute. Ähm, hier bitte einmal... Dein Ball of Steel. So. Der ist down. Okay, es ist blockiert auch noch hier. Ach komm schon. Jetzt wirklich auch noch so einen. Huiuiuiui. Ähm... Einmal das hier, bitte. Mir geht's nicht gut. Mir geht's nicht gut. Mir geht's besser. So. Andere Waffe. Andere Waffe. Andere Waffe. So. Dem eine aufs Maul gegeben. Perfekt. Ach, das war ja jetzt easy, Leute. Ich dachte, das wäre jetzt hier noch Mods der Weg. Das hat jetzt gerade knapper gewirkt, als es wirklich war. Und wir machen schon wieder mordsmäßig Überlänge. Naja, was soll's. Gibt Schlimmeres. Aber irgendwie tut's mir immer noch leid, dass ich keine biotischen Fähigkeiten hab. Das hätt ich echt machen sollen. Commander Tali ist gerade zum Plaudern zu Legion gegangen. Sie sollten sich besser runter zum VI-Kern bemühen. Sie sollten sich besser runter zum VI-Kern bemühen. Schon unterwegs, Joker. Ich bin froh, ich bin froh, dass Sie hier sind. Ich habe Legion beim Scannen meines Universal-Werkzeugs erwischt. Er wollte Daten über die Flotille an die Gath schicken. Die Schöpfer haben Waffentests durchgeführt und Pläne für einen Angriff auf uns geschmiedet. Wir hielten es für notwendig, unser Volk zu warnen. Wir haben die Gath bereits stärker gemacht, indem wir die Anbeter der Reaper umgeschrieben haben. Ich lasse nicht zu, dass Leglan die Flotte gefährdet, indem er ihnen noch mehr Informationen gibt. Schöpfer Tali Zora handelt aus Loyalität gegenüber ihrem Volk. Sie hätte das Exil auf sich genommen, um es zu schützen. Auch wir müssen unser Volk vor der Bedrohung durch die Schöpfer schützen. Sie dürfen das nicht zulassen, Shepard. Ich habe Ihnen vertraut und mit einem Gath im Team zusammengearbeitet. Aber das geht einfach zu weit. Wir können jetzt keinen Konflikt zwischen Quarianen und Gath riskieren, Legion. Ich befehle Ihnen, die Daten nicht zu senden. Wir werden gehorchen. Der bevorstehende Kampf gegen die alten Maschinen hat Vorrang vor langfristigen Konflikten. Doch sobald die alten Maschinen besiegt sind, werden sich die Schöpfer für ihr Verhalten gegenüber unserem Volk rechtfertigen müssen. Danke, Shepard. Tut mir leid, dass es eskaliert ist, aber ich konnte nicht zulassen, dass Legion mein Volk gefährdet. Das war doch klar, dass das eskalieren wird, oder? Irgendwie war das schon klar. So, meine Freunde, wir sind in absoluter Überlänge. Ich hoffe, ihr habt euren Spaß. Bewertet das Video, schaut fleißig Kommentare. Und wie immer, abonniert meinen Kanal. Würde mich mega-mäßig freuen. Vielen Dank, dass wir uns zugucken. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao. Bye.